Der Pkw ist völlig zerstört, mitten im Wrack steht ein Baum. Es sind erschreckende Bilder für die Ersthelfer vor Ort. Hier kam ein erst Diebzehnjähriger uns leben. Er war in der Nacht zum Mittwoch wohl deutlich zu schnell gewesen, verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über das Auto und krachte in einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich der Stamm des Baumes in das Auto bohrte. Der Teenager wurde im Wrack eingeklemmt und hatte keine Chance. Eigentlich hätte der 17-Jährige auch nur mit einer Begleitperson fahren dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017